Die Kindernotaufnahme des städtischen Klinikum Görlitz ist in das neue Frauen-Mutter-Kind-Zentrum umgezogen. Fast sechs Jahre lang war sie in einem Modulbau untergebracht. Zu finden ist die Notaufnahme ab sofort im Erdgeschoss im Haus C. Das geht aus einer Mitteilung des Krankenhauses hervor. Im ersten Obergeschoss ist jetzt auch schon die Frühgeborenenstation untergebracht. Das hat den Vorteil, dass die Kliniken und Bereiche nah beisammen liegen, die sich um die Versorgung von Frauen, Müttern und Kindern kümmern, betont Chefärztin Dr. Katalin Müller die Entscheidung.